Diese Stars sind kürzlich verstorben. Bob verstarb am 9. Januar 2022 im Alter von 65 Jahren. Er war einer der Serienlieblinge von Full House. Ellen verstarb am 1. Februar 2022 im Alter von 91 Jahren. Sie war die Moderatorin der DDR-Kindersendung Elenti. Moses verstarb Ende Januar 2022 im Alter von 31 Jahren. Er war aus der Serie The Walking Dead bekannt. Howard verstarb im Januar 2022 im Alter von 81 Jahren. Ihn kannte man unter anderem aus dem Science-Fiction-Abenteuer Der Flug des Navigators. Terry verstarb am 23. Januar 2022 im Alter von 73 Jahren. Er war Modedesigner und seine Parfums kannte so gut wie jeder. Hardy verstarb Mitte Januar 2022 im Alter von 93 Jahren. Er war ein deutscher Schauspieler. Yvette verstarb Mitte Januar 2022 im Alter von 80 Jahren. Sie war ein gefeierter Hollywood-Star. Miranda verstarb am 6. Januar 2022 im Alter von 34 Jahren. Durch Neighbors wurde sie weltberühmt. Sidney verstarb am 6. Januar 2022 im Alter von 94 Jahren. Egor verstarb am 3. Januar 2022 im Alter von 72 Jahren. Nur wenige Tage zuvor verstarb auch sein Zwillingsbruder. Carl verstarb am 27. Januar 2022 im Alter von 90 Jahren. Er produzierte zahlreiche Filme und Serien, wie zum Beispiel ein Schloss am Wörthersee. Morgan verstarb Ende Januar 2022 im Alter von 70 Jahren. Er war aus Serien wie Waltons und Melrose Place bekannt. Ernst verstarb Ende Januar 2022 im Alter von 93 Jahren. Er wurde durch die Quiz-Sendung Erkennen Sie die Melodie bekannt. Hartmut verstarb Ende Januar 2022 im Alter von 83 Jahren. Ihn kannte man aus das Traumschiff. Es ist wirklich traurig zu sehen, wie viele Menschen in kürzester Zeit ihr Leben lassen mussten. Sowohl junge Menschen als auch ältere. Es sind ja nicht nur die Stars. Es sind ja Menschen wie du und ich. Und solltest du einen geliebten Menschen verloren haben, dann wünschen wir dir vom Herzen ganz viel Kraft. Und solltest du einen geliebten Menschen in Kürzester sein.